Die Trostburg ist eine Talhängburg in natürlichem Gelände in östlicher Hanglage oberhalb der Südtiroler Ortschaft Weidbruck, die in römischer Zeit Sublavio genannt wurde. Geschichte Hier, wo der Bergrücken von Kastelruth gegen die Mündung des Grötnerbaches in den Eisacksteil abfällt, befand sich der 1173 erwähnte Sitz eines Kunradi Trostberg, der den Herren von Kastelruth entstammte. Der Sitz gelangte dann an die Herren von Feldhurns, Ministerialen der Bischöfe von Brixen, und als landesfürstlich-tirolisches Lehnen an die Herren von Viandas. Von 1385 bis 1967 diente die ehemalige Ministerialenburg den Herren, Freiherren und Grafen von Wolkenstein Trostburg als deren Adelssitz. Diese übten von hier aus die niedere Gerichtsbarkeit aus und zwar über einen Burgfriedensbezirk Trostburg, aus dem die Gemeinde Weidbruck hervorging. Ebenso verwalteten sie zeitweilig von der Trostburg aus das Gericht Viandas. Ab dem 17. Jahrhundert war die Trostburg von den Grafen Wolkenstein nur mehr in den Sommermonaten bewohnt worden. Obwohl das Geschlecht um Instandhaltung der Burg redlich bemüht war, konnte der Verfall im 20. Jahrhundert nicht mehr aufgehalten werden. 1967 gründeten sechs Mitglieder des Südtiroler Burgenvereins aus privater Initiative eine Gesellschaft, um die Trostburg vor dem Verfall zu retten. Ihre Anteile gingen 1981 an den ehrenamtlich geführten Verein über. Seither ist die Trostburg offizieller Sitz des Südtiroler Burgeninstituts. Seit 2005 auch Südtiroler Burgenmuseum. Beschreibung Ein kleiner Innenhof verbirgt sich teilweise hinter dem Bergfried. Er wird von einem romanischen, dreistöckigen und im 17. Jahrhundert um ein weiteres Stockwerk erhöhten Palas und einem in der gotischen Bauphase auf älterem Mauerwerkaufbauenden Wohntrakt umschlossen. Zwischen dem ausgehenden 15. und dem Beginnenden 17. Jahrhundert wurden Bastein und vorgelagerte Wehranlagen hinzugebaut, die teilweise im 18. Jahrhundert weitere Ausbauten zu Wohnzwecken erfuhren. Von einem breiten Graben getrennt ist eine ausgedehnte Vorburg. Auf hörgelegener Felsnase befindet sich ein sogenannter Kreideturm. Die letzten bedeutenden Umbauten wurden zwischen 1594 und 1632 vom nachmaligen Grafen Engelhard Dietrich zu Wolkenstein veranlasst. Damals entstand, der mit Stokarbeiten Josef Preuß ausgestaltete Annensal. Gedeutende Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen an der Baustruktur führten unter anderem um 1880 zur Abtragung eines nach Süden ausgerichteten Stockwerkes im gotischen Palas. Von 1967 bis 1977 wurden die nötigsten Sicherungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt. Diesen folgten zwischen 2000 und 2007 Konservierungsarbeiten an den Burgfassaden und die Neuentdeckung der gesamten Dachfläche der bewohnbaren Burgteile mit historischen, teilweise bis in die Zeit von Nikolaus Gosanos zurückrechnenden Biberschwanzziegeln. 2008-09 wurden die Innenräume des ersten Stockwerkes des unter Freiherrn Hans zu Wolkenstein errichteten gotischen Westpalas restauriert und in einem der Räume eine großflächige Wandmalerei mit Jagdmotiven und einer Kochszene freigelegt, die mit 1514 zu datieren sein dürfte. Funktion als Museum Die gut erhaltene Burganlage ist als Südtiroler Burgenmuseum mit angebotenen Führungen zu besichtigen. Die Dauerausstellung »Burgen – Bauwerke der Geschichte« vermittelt einen guten Burgenkundlichen Überblick, wobei unter anderem 86 von Ludwig Mitterdorfer angefertigte, maßstabsgetreue Modelle von Südtiroler Burgen die inhaltliche Darstellung veranschaulichen. Aus kulturhistorischer Sicht liegt die Bedeutung des Schlosses im Sitz der Herren von Wolkenstein. So ist die Trostburg unter anderem auch Elternhaus des spätmittelalterlichen Dichter-Komponisten Oswald von Wolkenstein. Im Inneren der Burg haben sich wertvolle Zeugnisse der Geschichte erhalten, so drei römische Wallsteine, eine mit dreifacher Tonne gewölbte gotische Stube, ein 5 pro 15 Meter großer Renaissance-Saal mit figurativen Darstellungen der Besitzer in Gips und einer reichhaltig geschnitzten Kassettendecke mit heraldischem Dekor, eine wappenbemalte Lodger und eine der größten historischen Weinpressen des Landes. Aus Burgenkundlicher Betrachtung mögen neben der Bauweise auch die Kapelle, eisenbeschlagene Tore, das in Sicht versetzte, aber sehr wahrscheinlich original erhaltene hölzerne Fallgitter, Fensterschießscharten des 17. Jahrhunderts und in jener Zeit angebrachte Sturmpfähle erwähnenswert sein. Abgesehen von ausgewiesenen Naturdenkmälern im Umfeld der Trostburg ist ein in der frühen Neuzeit hierher gebrachter Sanderackbaum im Zwingergarten. Auffallend! Aufgrund des unverfälschten Charakters der Trostburg wählten Filmemacher im Jahre 2012 die Trostburg als Hauptmotiv für den Kinofilm Prinzessin. Galerie Auffallend! 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 Auffallend!